Puh, was greift Tiss mich an? Tiss, stop! Nein, Tiss, nein! Jo, mein Freund, ich heiße euch Reiter. Willkommen zu der Untertitel. Hallo. Hallo, na, Sönke. Nein, ich krieg nix. Ja, okay, Goldbarren, ja, puh. Ja, bleib doch hier beim Spawn, habe ich gesagt. Ja, komm mit. Ja, wir müssen noch auf Tiss warten. Tiss, 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 komm. Warte da oben auf uns. Wir machen nämlich In-Game-Team mit Tiss. Ich laufe in den Wald. Rechts. Zum Flughafen. Ich muss einfach geradeaus laufen. Ah, was, ja, was ist denn Tiss? Ich habe dich angehauen. Tiss, wo bist du? Der steht da unten noch. Egal. Nein, Mann, ich gehe zu ihm, dann. Nein. Nein. Näh, 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 ich töte ihn mit meiner Faust. Werde gebächt! Ja! Was war das denn für ein Leg bei dem? Der ist stiermlich, Mann. Ich schlag den die ganze Zeit mit der Faust. Warte. Ja, so. Komm zum Flughafen. Ich weiß nicht, wo der ist. Komm mal zum Spawn, bitte. Sag mal, ich verfolge jemand. Ja, lauf zum Spawn. Wir warten hier. So, äh, kommst du zum Spawn? Ich will den jetzt bashen, Alter. Ja. Ich stehe hier neben dir. Jawoll. Ja, sehr gut. Ja, es kommt Spawn. Ja, da ist noch eine Kiste, die muss ich schnell holen. Komm ich. Hm. Sub kommt Spawn. So, die Leute mal zum Spawn locken hier. Anjamjam. Anjamjam. Ha. Dead name. Ich lebe noch 14 Spieler. Hast du eine Waffe für mich oder so? Ja. Ja. Mich verfolgt aber gerade jemand. Oh nein. Das ist aber schade. Ja, der ist genau dem Fall ausgeglichen, ist sicher. Kannst du noch gleich wegboxen, ich bin am Spawn. Am Spawn, ja, okay, ich komme. Nee. Ja, der hat doch voll die epische Rüstung, Mann. Als wenn ich auf den... Raufgehe. Sag das doch, Alter. Jawoll. Alter, geil, Mann. Ich habe alles gekriegt. Brauchst du es fertig? Hä? Ich habe Goldschwert. Geh mal weg. Ich habe für dich ein Hemd. Ich habe für dich ein Helm, Martin. Jo, danke. Ich glaube, dann kommt einer angelatscht. Nee, doch nicht. Epic. So, jetzt können wir aber auch nicht bashen gehen, wa? Wenn hier noch irgendwo Leute sind. Leg eine Eisenachse, Martin, für dich. Jo, danke. Die kann ich so zu brauchen. Gut. Dann sind wir jetzt Team Noobs. Team Noobs schreitet zur Tat. Okay, äh, ihr seid okay dahinten. Lange laufen, gut. Lauf einfach ohne mich los, Junge. Hinter mir. Ja, hier ist einer. Den verfolgen wir. Okay, das links rum. Ich kürze ab. Jo. Läuft der links oder rechts? Äh, ich habe keine Ahnung. Ja. Das war jetzt mies, Alter, weil Tiss direkt neben mir war. Deswegen konnte ich den nicht bashen. Jawohl, sehr gut. So, da vorne steht eine Kiste. Ich brauche eine Hose. Eine Hose? Ja. Ah, scheiße habe ich keine. Die habe ich von Tiss gegeben. Essensgeräusch. Wusstest du, dass es damals noch kein Rülpsgeräusch gab bei Minecraft? Ja. Achso. So, gehen wir mal weitersuchen, war? Da ist einer Tommel HD. Tommel? Aber das gelesen, äh, also ohne das L, also Tommel HD. So, kann sein, dass da vorne noch befüllte Kisten sind. Nee, da war ich ja. Das ist der Flughafen. Warst du in den Flugzeugen schon? Nö, war ja nicht hier. Also. So, wie in die Flugzeuge rein. Puh. Hier waren nochmal Kisten drin. Hä? Das ist scheiße. Hä? Hallo? 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 Warte mal auf mich. Was ist du denn? Ich bin voll müde, Alter. Na, man. Jetzt ist man gerade halb neun. Ja, das ist dein Arjak, ne? Ja. So, wir müssen mal wieder jemanden suchen gehen. Ja, denke ich auch, oder? Ein bisschen das Publikum hier unterhalten, ne? Ja. Ja. Weiß ja, die Jugend von heute, die braucht Action. Die ist nicht mehr diese Strategiespiele gewohnt. Nee, nee, nee. Die müssen... Da-da-da-da-da-da-da-da. Boom, 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 boom. Das brauchen die. Traurig. Hier ist irgendwo jemand, der mit einer Angegen was macht, glaube ich. Das bin ich. Achso, du bist das. Das ist... Notarion. Ja. Ja, wo sind... Oh. Da ist niemand. Nee, da ist niemand gestimmt, oder? Subklaft, da hat dein Brusti. Oh. Egal. Hier. Nee, ist egal. Entschuldigung. Schäme dich, Sub. Oh. Das war ja mal episch, ey. Ist Eisen besser als Gold? Ja, ne? Nee. Ja, sorry, man. Das sind Fragen, ne, Leute? Also. Ganz ehrlich, ne? Notarion Respekt-Schelle verpassen. Erziehungs-Schelle. Martin, ich hab mal für dich... Warte, bleib mal stehen, bleib mal stehen. Ich hab für dich einen Helm. Und eine Hose. Äh, und hier eine Dia-Axt. Messi. Spitzhack, weiß ich. Du bist gut ausgerüstet, Schatze. Ich schätze mal, das muss ich schon noch hier meine Ofen-Karteppel essen, ne? Ich hab alles auf. Und alles gebrauchen. Nee, 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 nee. Oh, Deathmatch beginnt. Ja. Ja, fuu, würde ich mal sagen, wahr? Ja. Gegen wen denn? Ah. Tommel HD, Tommel! Ja, der hat mich auch gerade geboxt. Cool. Sorry. Martin, du boxt mich die ganze Zeit. Ja, wenn du immer vor mich rennst. Warte. Was, warte? Ich kann es mal ausrüsten. Nö. Fick nicht. Puh, was greift Tiss mich an? Tiss, stop. Nein, Tiss, nein. Nein. Ja. No, nein. Scheiße. Ja, danke fürs Zuschauen. Ich wurde leider nur Dritter. Schade, dass ihr euch nicht... Oder doch, kann ich euch zugucken? Ja, kann ich. Sehr gut. Oh. Ja, Mann, Bitch. Ja, Mann. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Ja, geh dich selbst verbrennen. Hallo. Hallo. Das ist hier voll tief runter, ja. Bis jetzt, von mir. Bis dann, ciao. Ciao. Bis dann, 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 bis dann